Nein, mein Schild riss so langsam. Ich bin aber nur... Ich bin nur genockt. Ich bin nur genockt, Flo. Ich bin hinter dir. Ich bin nur genockt. Ich bin nicht komplett weg. Komm, zwei in zwei. Schaffen wir los. Ein bisschen Glück, ja. Ich hab noch Glühwürmchen. Ich mag es an Feier. Vielleicht noch ein voller Nebel. Und sonst müssen die eigentlich da hinten irgendwo sein. Sturmgewehr. Legendär. Und das auch ein Legendär. Das nehmen wir uns doch mal mit hier. Ein lilanes Infanteriegewehr. Ja. Raketenwerfer. Ein episch. Ich hab noch coolen Raketen. Dann gib mal her hier. Zwölf Stück. Oh mein Gott, die Pumpgun. Ähm. Ich lieg jetzt nochmal einmal für Kevin. Für Kevin. Ich hab' ich dir da einen. In deine heilige Luft post. Oder die verstecken sich da irgendwo bei den Bäumen. Kann auch sein. Ja. Hier ist doch ein Motorrad. Aber die sind da hinten irgendwo. Bestimmt bei der Miniburg. Nein, unter der Brücke. Safe. Die Miniburg ist schon in der Zone. Okay. Wir müssen unter der Brücke sehen. Dann gehst du links. Ich geh rechts. Was muss ich denn da machen? Leute abknallen. Ja, aber irgendwie äh. Wir haben Sturmaktierung. Ja, wir sind ein Zweierteam. Gegen andere Zweierteams. Ja, wir sind da drinnen. Kann man auch schon. Schieß doch mal mit Rakete rein. Okay, mach ich. Entschuldigung. Nein, da drüben, da drüben, da drüben. Jetzt hab ich sie. Oh, die Sturms wird kleiner? Was heißt das? Du darfst nicht in den Sturm kommen. Der zieht die Energie ab. Okay. Du darfst nicht nur in den Bereich, der nicht vom Sturm befallen ist rein. Also Sturm ist das blaue. Einer hat kein Schild mehr. Ich hab Glöbelchen geschmissen. Hab ich zu sehen. Na, Granat auf mich. Oh, auf mich auch. Zwei Stück. Einer tot. Eppisch. Sehr gut Flo. Erstmal ein Propheizmuster machen. Mal wieder was für's Beste auf Twitch Video. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Mockidock-Erlebnis. Hm. Wo müssen sie ja sein. Buckel. Daneben nicht. Mockidock-Erlebnis. Also im Top. Da hängt man auf. Alters und lass dich. Wo müssen sie doch sein hier, ey. Hier hast du es nochmal auf. Und tschüss. Der du schickst noch gleich in die Zone, wenn das so weitergeht. Beruhig dich mit deinem Hammer. Ah, hier. Ah, hier. Alles klar, los. Let's go. Angriff. Der eine ist sehr laut. Ich auch. Oh, du bist tot. Nee, tot nicht, aber ich bin low. Ja, du bist. Ich hab leider kein Bot hier. Komm. Hit. Ein Hit. Ja, ich hab ein. Ja, du kannst es jetzt nehmen. Oh, ich bin hier. Ich hab mir einen Mad-Cid. Hier kommt deine Angeflogen. Ne, ich also ich kann mich selber ein bisschen. Oh, ich bin tot. Nein. Mara, bitte. Ätschi. ich habe ihn getroffen da ist das aber nix hat er noch umliegt dass sie zwei hier wieso hast du da nicht gesagt dass zwei sind junge er hat den ein wir sagen wir wollen auch eine ohne fahrschein jetzt hat man dann der party jetzt gerüftet ich lasse mich jetzt wiederbeleben von bord so viel zum thema wir schaffen es nicht geworden das war doch ein guter sieg knapp aber geschafft die wollen ist Es ist ja so, ich bin ein paar Rundfunk.